Hallo ihr Lieben, Oliver Schirmer hier heute mal mit einem anderen Video, als du es vielleicht von mir gewohnt bist. Und zwar möchte ich heute ja hier weder ein Tutorial noch irgendwelchen Content liefern, sondern ich möchte ja lediglich in Anführungszeichen auf den Content verweisen. Und zwar hat sich ja im Laufe der Zeit ja super, haben sich super viele Tipps ja quasi auf, oder habe ich super viele Tipps auf meinen Blog veröffentlicht. Und ja, es kommt halt immer wieder so die Frage, wie fange ich denn richtig an? Wie baue ich mein Network-Marketing-Geschäft ja am besten von Anfang an auf? Und ja, und anstatt jetzt hier zu dem Thema einfach einen neuen Artikel zu erstellen, habe ich ja für dich mal die wichtigsten Tipps ja zusammengefasst. Und zwar in eine Art List-Posting, sodass du ja einfach die Themen, die dich interessieren, anklicken kannst und dann zum jeweiligen Thema weitergeleitet wirst, um dann eben tiefer in die Materie einzutauchen. Und zwar gebe ich dir eben in diesem Artikel, beziehungsweise in dieser Aufstellung, einfach Tipps mit auf den Weg, wie du dein Network-Marketing-Geschäft von Anfang an richtig aufbauen kannst und habe das in verschiedene Bereiche einfach kategoriert. Zum einen geht es darum, wie du zum Beispiel dein Network-Marketing-Geschäft von Anfang an richtig aufbaust. Ja, was ist der Unterschied zwischen einem Schneeball oder einem Pyramidensystem? Also es geht quasi um die Basisinformationen, wenn du jetzt mit Network-Marketing anfängst oder überlegst, ja, im Network-Marketing zu starten. Es geht darum, herauszufinden, welches Unternehmen zu dir passt, ja, welche Produkte sich gut verkaufen lassen, welche Branche lukrativ ist, ja, und, ja, warum eben halt manche scheitern und andere dementsprechend erfolgreich sind. Ich gehe auch auf die, ja, Irrtümer in Network-Marketing ein und, ja, gebe da im Prinzip quasi mein Statement dazu ab. Ja, und dann haben wir die Tipps für die Praxis, ja, also hier geht es dann darum, wie findest du neue Partner, wie findest du neue Kunden, wie bildest du, ja, Teampartner richtig aus, wie betreibst du erfolgreich Empfehlungsmarketing und vieles mehr, ja, wie kannst du deine Events richtig promoten, etc., pp. Also, ja, richtig, richtig satter Content für dich und der Vorteil ist halt einfach, du kannst, ja, das sehen wie so eine Art Buffet, das heißt, du schaust dir den Post an und dann gehst du einfach, klickst du einfach die Punkte an, die für dich aktuell gerade interessant sind und wirst dann auf die Informationen weitergeleitet, wo du dich dann tiefer mit dem jeweiligen Thema befassen kannst und ich hoffe natürlich wie immer, ja, dass das Ganze für dich dann dementsprechend auch hilfreich ist. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du das Ganze, ja, ja, mit deinem Netzwerk teilst und, ja, einfach dazu beiträgst, dass, ja, möglichst viele Menschen diese Informationen dann dementsprechend auch bekommen. Du weißt ja schließlich nie, ja, für wen die Informationen interessant sind. Wenn du mehr gratis Content haben willst, wenn du zum Beispiel mein gratis E-Book und Training, das perfekte Sponsorsystem haben möchtest, dann kannst du hier rechts oben einfach auf, ja, diesen Link hier klicken und dann wirst du im Prinzip zu meinem Telegram-Kanal weitergeleitet, wo du, ja, Insights bekommst, wo du weitere Tipps bekommst, die ich jetzt hier nicht veröffentliche. Du bekommst dann Zugang zu den Goodies, ja, also zu all meinen Gratis-Inhalten und eben alles, was so, ja, rund, ja, um mein Thema dementsprechend, ja, ich teilen möchte und, wie gesagt, hoffe natürlich wie immer, dass das Ganze für dich interessant ist. Also, heute mal ein etwas anderes Video, aber nichtsdestotrotz vollgepackt mit Content, ja, und, wie gesagt, ich hoffe, dass es, ja, für dich oder dass es dir dementsprechend weiterhilft. In diesem Sinne, alles, alles Gute, maximalen Erfolg und, ja, ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.